Auch wenn das nicht viel gebracht hat für den jungen Mann. Cool. Genau. Ich hätte nicht erwartet, dass der das in den Arm reinschreibt. Ja, genau, das haben die extra so gemacht. Weil da war ja auch auf dem Tisch überall Nägel. Da habe ich mir schon gedacht, wie will er da reinschreiben. Na, Mann. Da sind wir gerade der Eason und gucken so ganz geschockt auf die Videoplayer. Ja, genau. Ich weiß, dass ich das so sich in den Kopf gehen schon völlig gestört. Ja, Mann, ey. Ich bin hier. Achso, wir haben ja diese Karten. Ich bin jetzt auch hier. Der Schrotflinter. Genau, ich auch. Habe ich hier neue Münzen am Start eigentlich? Nicht leider. Das haben wir eigentlich alles hier so. Ah ja, wir haben jetzt die rote und blaue Zugangskarte. Das Video Happy Birthday können wir jetzt erstmal weglagern. Ja, genau. Aber guck, das war gar nicht Mias Video. Das war ein Happy Birthday Video, ne? Ja, genau. Das war ein Mia-Wir, oder, ne, da drinne. Aber das haben wir ja schon gesehen. So. Und brauchen wir hier D-Serie-Arm? Den nehmen wir besser mit, ne? Die haben wir ja gerade erst abgeflügt. Ja, genau, habe ich auch noch. Genau. Spielzeug-Axt braucht man nicht, ne? Ne, ich habe das alles erstmal reingemacht. Nervengiftgranaten und so. Die habe ich dabei. Genau. Da nehme ich auch mal mit. Genau. Wegen Granatenwerfer, da ist das dann schon gut. Flintnertrappe und die andere Pistole, M19, habe ich auch nicht dabei. Ich habe die G17 bei. Krass, jetzt können die auch wieder draußen sein, ne? Jetzt kommen sie ja manchmal hier auch draußen. Ich bin auch voll verletzlich da. Hast du hier schon mal, hast du hier schon Steroide rausgenommen aus dem Käfig? Nee. Die habe ich ja schon genommen, genau. Ja, ich habe doch alles da in die Waffen-Ding reingemacht, ne? Ja, genau. Eine fehlt. Krass, bei mir fehlen Drecks. Speichere hier mal jetzt. Achso, ja, genau. Ich mache auch einfach mal speichern. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt gespeichert hat. Jetzt müssen wir da zu dieser Tür, wo die Karten da zum Reihen machen, ne? Krass. Genau. So, jetzt mache ich die Tür auf hier. Aufgeschlossen. Ich habe nur zwei Pumpkan-Schüsse. Ich habe auch nur zwei Pistolen-Schüsse. Ich habe jetzt... Ja, das ist voll scheiße, stimmt. Wenn jetzt gleich wieder diese komischen Viecher kommen, oder diese Spinnteile, ne? Die kamen nur hier. Ich auch. Ich bin hier unten, aber jetzt gehe ich hier rechts lang. Ich bin fast tot, Alter. Ich sehe alles rot, voll bescheuert. Hast du kein Kräuter zum Lutschen? Nee, Mann. Ich gehe jetzt da... Oh, guck mal, wie die Tür schon aussieht. Voll krank. Ja, ich laufe da jetzt hin. Da kommen die so wie bei Rush of Blood da, so ein bisschen mit den Clowns. Ich gehe jetzt hier genau vor der Tür. Ich mache jetzt hier die blaue Reihen. Ja, blaue zuerst. Hast du gemacht? Ja. Mein Gott, das sah so verrückt aus. Jetzt ist die rote Reihen gemacht. Ich auch. Okay. Okay, beide sind drin. Jetzt einfach aufmachen, oder was? So, was passiert hier? Ja, die geht auf. Kannst aufmachen. Ja, ich mache auf. Aufgemacht. Voll krank hier mit dem Blitzen. Ja, genau. Okay, ich nehme jetzt Flammenwerfer. Jetzt gehe ich die Treppe hoch. Flammenwerfer? Was ist denn das blaue hier vor uns auf dem Boden? Ich bin jetzt hier oben an der Treppe schon angelangt. Ich bin jetzt oben an der Treppe. Jetzt gucke ich hier. Ist das blaue schon gelaufen? Ja. Ich gucke jetzt hier rechts. Ich bin schon oben. Oh, krass, guck mal. Let's play. Ja, Mann. Let's play. Krass. Ja, Mann. Let's play. Mal kalibrieren. Gehst du rein? Also, ich gucke erst mal, ob hier was gibt. Dahinter oder so. Da haben die auch manchmal so Sachen versteckt. Na ja. Also, ich mache jetzt die Tür auf. Aufgemacht. Da ist ein Fernsehen drinne. Ja, genau. Ich gehe rein. Oh, mein Gott. Was sind das für Geräusche? Godzilla? Ja, Mann. Ich bin drinne. Ich auch. Ich gehe zum Fernsehen. Ich drücke X. Jetzt setze ich mich hier hin und guck. Guck mal, da geht es weiter, das Video. Genau. Lass mal hören. Oder der Hugensohn. Vielleicht kommt doch von hinten unser Schreckfluss, oder? Ja, dachte ich auch, weil wir hier so sitzen. Weil sonst gucken wir es auch immer richtig. Ich schau mal her, was ich habe. Was ist das, was er da hat? Wieso das Gutes? Weißt du, was du ihn damit anstellen willst? Ich denke, das Teil ist etwas Besonderem. Was ist das? Nein, ich finde. Es ist nicht besonders. Das. Das, das genau hier ist besonders. Krass. Ist der verrückt? Nicht jeder will gerne die Zeit zurück in. Oh, oh. Alter. Ich will ihm nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Du bist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also? Also? Es war gruselig. Woller Wichser. Was sagst du? Fick dich, sag ich. Oh! Oh! Alter! Shit! Scheiße! Krass, dass auf einmal eine Tür vor uns offen ist. Ich gehe jetzt da so hin. Was speichert. Na, Mann. Ich gucke jetzt hier links, ob da was drin ist. Ne, ist nichts drin. Ich gehe jetzt hier vorne zu der Wand, die so voll beschmiert ist mit irgendwas. Genau, wo ich auch gucke, so in die Ecke. Jetzt gehe ich zu der Lampe. Jetzt ist hier eine Tür, ne? Auf, geradeaus, geradeaus ist Kräuter. Ja, genau, Kräuter. Warte. Kann ich aber nur so lutschen, ey. Scheiße. Ich behalte es erstmal. Vielleicht kriegst du ja gleich nochmal so was. Ja, ich glaube ich auch, ey. Ich mache auf. Die aufgemacht. Oh, wie, da sieht es da nicht so gut aus. Guck mal, das sind Minendrähte. Da darfst du auf keinen Fall gegenkommen, ey. Krass. Guck mal, hier vorne ist so eine Kiste, die wir nicht machen können. Aber pass auf, wenn du rechts bist, dann bist du tot. Ja, genau. Genau. Ich mache die Kiste erstmal kaputt. Was ist das denn? Ja, Chemikalie. Siehst du, gut. Jetzt mache ich. Bei mir ist Chemikalie. Was habe ich da genommen? Weiß ich auch nicht. Ich gehe jetzt hier geduckt drunter. Ich gehe jetzt hier an den Seilen vorbei. Bin auf der anderen Seite. Ja, ich gehe auch geduckt drunter durch. Ich gucke jetzt erstmal hier ins Flaschbecken. Genau, ich auch. Nix. Ja, genau gucke ich auch. Geht jetzt weiter, hier ist noch so ein Seil. Genau, da ducke ich mich jetzt auch und gehe da drunter. Ich auch. Hier links ist noch irgendwas. Pistolenmonie. Ja, genau. Pistolenmonie, das ist gut. Guck ich mal, wie viel Monie habe ich denn. Achso, ich muss dich wechseln. Wie geht das nochmal? Ja, genau. L2 und Dreieck. Ah, okay. Na, aber ich lasse jetzt mal die Pistole. Genau, habe ich jetzt auch. So, ich mache Tür auf. Aufgemacht. Da ist wieder so ein Draht. Pass auf. Genau, gleich hier vorne, ne? Genau, ich duck mich schon mal. Ich gehe erstmal so nach links. So ein Stück. Geduckt, glaube ich. Guck erstmal hier links, was hier abgeht. Ist nix, ist nix. Na, jetzt ducke ich mich. Hat die so geschalt gerade? Na, die Tür vielleicht. Ich gehe jetzt hier durch. Ne, sie ist noch offen. Genau, ich gehe auch durch, unten. Jetzt gucke ich hier in der Ecke, ob hier irgendwas im Schrank ist. Das ist eine Malerrolle. Und da oben ist eine Mütze. Da kann man auch hin, zu dem Kopf. Da, Reparatursatz. Krass. Ja, guck, siehste. Krass, haben wir mal wieder sowas. Ja, Mann. Die Hände sind jetzt so zwei Drähte. Muss aufpassen. Ja, genau. Gehe ich ganz rechts so vorbei. Genau, ich auch. Oh, es explodiert. Warum? Oh! Das war extra, ne? Glaube schon. Okay, hier ist jetzt die Tür. Ich gucke erstmal, ob hier irgendwas ist. Ja, ich gucke auch hier so ein bisschen. Aufgemacht. Vor uns ist eine Kiste. Ich gucke links. Oh, links. Da was? Ne, und jetzt mache ich hier die Kiste auf. Okay. Erste Hilfe. Ich nehme erstmal schon mal erste Hilfe. Ja, flüssige Chemikalie, endlich. Bei mir ist direkt erste Hilfe drin. Miche ich mir das erstmal hier mit den Kräutern. Nehme erste Hilfe. Genau. Ja. Ich gehe jetzt zu der Ecke. Sehe ich wieder. Vor uns. Ich gehe erstmal hier, diese Puppe, wo die Puppe steht. Achso, da ist aber nichts, oder? Ne, hier ist nichts. Ne, genau. Guck mal, da geht es runter. Und da ist noch so Kiste zum Kaputtmachen. Ja, genau. Ich gehe jetzt so gehockt zur Kiste. Oh, zack, Mann. Scheiße. Hurenbock. Krass. Geh runter. Mal kalibrieren. Hier ist speichert. Oh, hier ist auch so ein Draht. Ja, genau. Direkt vorm Raum. Ich gehe erstmal ein Stück geradeaus weiter. Was ist denn hier vorne? Nichts. Ich glaube, hier ist so dunkel. Okay. Doch, guck mal. Geh da weiter hin. Und da oben kannst du durchgucken, wo es dunkel ist. Runter. Das ist eine Treppe, die runtergefahren wird. Ich frage mich, wie wir durch den Raum hier kommen sollen jetzt. Das geht doch gar nicht. Man kann doch gar nicht da rüberspringen. So, ja, genau.